Müsst sie irgendwie ablenken. Soll ich mich etwa in einen Fummel schmeißen und Hula tanzen? Wow! Hast du Hunger auf ein sattes, gutes Festgeleck? Dann ist Hummer hier perfekt, der ist der Speck, der Speck. Soll's was Gutes sein? Nimm das fette Schwein, aber stell dich an, das wäre fein. Wir versinken, hier entschicken, mit dem Großschwein. Alle wollen Schweine sein. Oi!